rosalia galieva vor zwei jahren bei den europameisterschaften da trumpete sie bereits mächtig auf milo sertschef steht bei ihr jägersalto gebügt sehr starker flugteil sieht man nicht sehr oft der feindschliff fehlt vielleicht noch bei ihr bei ihren übungen die ausdruckstärke ist noch nicht ganz vorhanden noch nicht so ausgeprägt wie das vielleicht noch sein wird in den nächsten jahren aber vom technischen potenzial ist da natürlich auch schon alles vorhanden jetzt der übergang auf den höheren holm den oberen kam griff und der jägersalto gebückt vielleicht der übergang den mann zum beispiel noch in den handstand machen könnte das sind so die kleinigkeiten die dann fehlen wenn es keine 9,8 oder ein bisschen mehr wird wenn es darunter bleibt ein doppelschalter gestreckt ist auch bei ihr selbstverständlich noch möglich mit 1 40 knapp kommt sie da leicht am oberen holm vorbei kommt das al-malchik in usbekistan ihre stärken eigentlich das bodentunnel aber wenn man bedenkt dass sie dieses gerät noch vor sich hat dann ist das bisher ganz gut gelaufen 9,775 für rosalia galliera und zwar die 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 Vielen Dank.